Hallo und herzlich willkommen bei Anna testet. Anna testet heute für Couponwerk sportnahrung24.de Ich habe ein Probierpaket, eine Probierbox. So sieht die aus. Wir sind gleich gespannt, was da drin ist. Zuerst 4,99 Euro kostet die. Sie ist limitiert, gibt es nicht mehr lange. Der Versand kostet 4 Euro normalerweise mit dem Gutschein. Fällt der Versand weg. Und ich gucke mal einfach rein. Es gibt ein Energieregel mit Joghurt, dann ein Energieregel Joghurt Erdbeer. Dann haben wir hier was ganz Tolles. Die gibt es normalerweise in so groß. Die gibt es diesmal in klein, zum Probieren. Mit Orangen Maracuja, Kirschjoghurt, Schokolade, Cream Cookie und leckere Erdbeere. Dann haben wir noch einen Workout-Stimulator mit Guarana-Geschmack. Dann haben wir hier ein Gel-Chip und ein Energi-Gel mit Apfelgeschmack. Ich habe es getestet. Ich mache das gleich noch so, dass ich alles auffutteren werde. Und dann werde ich wahrscheinlich durch die Gegend. Gut. Ich kann es nur weiter empfehlen. Ich finde es schön, dass es die Sachen auch in klein gibt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Schnell, schnell. Sonst gibt es sie nicht mehr. Bis dann. Tschüss, eure Anna. Tschüss, eure Anna.